Ahoi ihr Lieben! Einige Tage hat es gedauert, nun haben es die vier positiven Covid-19-Fälle, die es gab in der vergangenen Woche auf der Mein Schiff 2 auch in die Mainstream-Medien geschafft. Hat ja wirklich gedauert, nachdem es die ganze Zeit mehr oder weniger nur im Internet zu lesen war. Was war passiert? Man hatte die Gäste der Mein Schiff 2 der letzten Reise am Ende der Reise getestet mit einem Antigen-Schnelltest. So, dann waren vier Tests, waren positiv, hat man nochmal getestet, wieder positiv und dann nochmal mit einem PCR-Test, der ja noch zuverlässiger ist, hat man festgestellt, so, oh ja, die sind tatsächlich Covid-19-positiv, diese vier Personen. So, was hat man gemacht? Man hat die natürlich isoliert, die Kontaktpersonen ebenso und dann wurden die an Land gebracht in eine Quarantäne-Unterkunft. Und ja, man ist dort erstmal in Quarantäne, denn es ist ja klar, man kann ja in dem Zustand jetzt nicht irgendwie so zurückfliegen. So, so weit, so gut. Ja, jetzt ist es, wie gesagt, in den Mainstream-Medien und da kam dann mein beliebter Ausbruch. Ja, ich meine, 1800 Leute ungefähr an Bord mit der Crew und das vier Leute und dann war es dann gleich ein Ausbruch. Und ein Medium hat sogar fälschlicherweise geschrieben, das Schiff wäre unter Quarantäne gestellt worden. Das ist natürlich Quatsch. Es wurden die Leute isoliert und dann die Quarantäne für die Betroffenen findet dann eben an Land statt. Ja, aber das ist natürlich so diese Aufregung der Medien, also was halt dann viele Klicks bringt. Ja, das ist ja wie immer so eine Sache. Jetzt ist aber natürlich die Frage, es haben ja immer viele dann bei Facebook oder so geschrieben, so, oh, das Sicherheitskonzept, das Hygienekonzept, es ist top und alles super und so. Also die Frage, ist dieses Konzept jetzt gescheitert und ist das Ganze, was da jetzt passiert, ist eigentlich eine Überraschung? Aus meiner Sicht die kurze Antwort vorweg, nein, ist es nicht. Warum ist das so? Naja, ich werde ja als Gast getestet vor der Reise, irgendwie zwei Tage vorher und das ist ja wirklich nur eine Momentaufnahme. Es kann sein, dass ich mich ja kurz vor dem Test beispielsweise angesteckt habe oder auch nach dem Test und dass das Virus dann wirklich erst nachweisbar ist, wenn ich an Bord bin. So, ja, also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, wer da jetzt glaubt, das wäre hundertprozentig sicher, das ist es natürlich nicht, das lässt sich aber auch nicht realisieren. Das macht man nur bei den Crewmitgliedern. Wenn die an Bord kommen, sind sie erstmal in einer Isolations-, in einer, ja, Quarantäne-Kabine vielmehr, längere Zeit in Quarantäne, bevor sie da überhaupt arbeiten müssen. Das ist natürlich die Variante, die hundertprozentig sicher ist. Wenn ich als Gast irgendwie ein paar Tage vorher getestet werde und dann an Bord gehe, ist es natürlich nicht hundertprozentig sicher. Aber, muss man ehrlicherweise sagen, das ist auch nicht der Anspruch. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass man dort an Bord so tun würde, als wäre das Leben wie vor Corona. So ist es ja nicht. Wir halten da ja Abstand und ich sitze im Theater nur mit Reservierung und ich muss das Fitnessstudio reservieren. Das ist ja eigentlich sehr, sehr komplex, was da alles passiert. Sprich, diese Tests, die man vor der Reise macht, die sind nur ein Baustein des Ganzen, ja. Der alleine macht keinen Sinn. Nur Abstand halten möglicherweise reicht auch nicht, auch wenn das ja am Anfang so war, als man im Juli neu gestartet hat. Da hat man ja den Test noch nicht gemacht. Am Ende ist es wirklich ein Zusammenspiel unterschiedlicher Bausteine, ja. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist klar, wenn die Leute nun nicht am Anfang ihrer Reise erstmal in Quarantäne gehen, ist völlig klar, dass es so das Virus auch an Bord schaffen kann. Aber, da man eben Abstand hält und so, hat man ja nun Hoffnung, dass es da nicht zu einem Ausbruch führt. Weil, ich meine, vier Leute, was ist das für ein Ausbruch, also ein Ausbrüchlein. Also, ich will das gar nicht bagatellisieren, ne. Es geht jetzt nicht darum, hier zu sagen, so, oh, das Virus ist alles gar nicht schlimm und so weiter. Nein, 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 das ist es nicht. Aber es geht darum, wirklich so ein bisschen mal die Panik rauszunehmen, ne, die dann immer geschürt wird hier und da. Also, das ist wirklich so eine Sache. Natürlich muss man sich grundsätzlich angucken, wie entwickelt sich dieses ganze Corona-Thema weiter. Wir haben es ja, wer da so ein bisschen sich das in den Medien noch anschaut, ich kann es irgendwie auch nicht lassen, wir haben es ja teilweise mit veränderten Varianten des Viruses jetzt zu tun. Wenn man Angst schüren will, dann spricht man von Mutanten oder Mutationen, wie in irgendwelchen Horrorfilmen. Aber man kann auch einfach sagen, es sind veränderte Varianten des Virus. So, und die Veränderungen bei so einem Virus, die können entweder für uns positiv sein, sie können auch negativ sein. Wenn ich mir das so im Moment jetzt anschaue, habe ich so das Gefühl, also so die unterschiedlichen Virologen oder auch Herr Lauterbach oder wie auch immer, es ist doch noch sehr, sehr uneinheitlich, ja, ob es, ob das Ganze nun sehr viel dramatischer ist oder auch nicht. Also, insofern, das kann das Ganze sicherlich nochmal verändern. Wenn man plötzlich mit einer Variante es zu tun hat, irgendwo habe ich gelesen, also, man weiß ja immer nicht, was man darauf geben sollte. Innerhalb einer Sekunde könnte man sich da anstecken oder was. Also, ja, weiß ich nicht. Also, das ist sicherlich was, was die Anbieter auch im Gespräch mit Wissenschaftlern und so immer wieder sich anschauen müssen, auf jeden Fall. Ob da irgendwie eine wirklich nennenswert gefährliche Variante auftaucht. Aber, ja, also, wenn wir jetzt sehen, ja, diese vier Fälle von 1800 Menschen, muss man ehrlicherweise sagen, so schrecklich viel scheint da nicht schiefgelaufen zu sein. Ich bin mir auch sicher, dass es auch in der Vergangenheit, seit dem Neustart, das Virus schon mal an Bord geschafft haben könnte. Aber, anfangs hat man ja die Leute am Ende der Reise auch nicht getestet, weil es nicht nötig war. Ja, weil, jetzt sagt ja Deutschland, sagt ja, nee, man muss Tests vorlegen und so und deswegen macht man das ja nur. Also, meine These wäre, es hat es auch schon gegeben, dass dann da Menschen an Bord positiv waren, die aber überhaupt gar keine Symptome haben. Also, sie haben vielleicht das Virus raufgebracht, wieder mit runtergenommen und, ja, es scheint da nicht, ich denke, das wäre was, was man erfahren hätte, wenn es da jetzt im großen Stil, ja, zu Verbreitungen des Virus gekommen wäre. Im Nachhinein, dass dann hinterher Leute sagen, oh Gott, ich war auf der Reise, ich habe mich angesteckt und so. Hat man bisher nicht gehört, so. Aber, man muss auch sagen, ja, es bleibt so eine Sache im Moment, mit dem Verreisen aktuell. Also, was mir wichtig ist, eben festzuhalten, es ist keine hundertprozentige Sicherheit, die man da hat, realistischerweise. Die hätte ich nur, wenn ich auch Quarantäne habe. Wenn ich aber immer noch so diese Differenz habe zwischen dem Test und dem an Bord gehen und ich kann mich da kurz davor angesteckt haben oder danach, dann ist das nicht hundertprozentig sicher. Am Ende ist es aber so, und das ist immer das, was viele von euch auch schreiben in den ganzen Gruppen oder so auf Facebook, man fühlt sich aber am Ende sicherer jetzt als irgendwie im Supermarkt, wo ich da die ganze Zeit dann jemandem stehe, der eben nicht wenigstens mal getestet wurde, so, ne? Also, kurz vorher, ja. Also, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ja, wer jetzt überlegt hat, diese Reise zu machen und wer jetzt davon abgeschreckt ist, von diesen Fällen, so nach dem Motto, um Gottes Willen, ja, überlegt euch das nochmal, ne? Weil es ist schon so, dass da relativ viel gemacht wird, ja, so, dass man eben sagen kann, okay, es ist relativ sicher, auch wenn es nicht hundertprozentig sicher ist. Aber gut, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, so eine Ungewissheit, würde ich sagen, womit wir aktuell leben müssen, ja? Ja, mich würde mal eure Meinung interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Also, seht ihr das genauso entspannt wie ich, dass ich jetzt nicht sage, so, um Gottes Willen, es ist Katastrophe. Oder, sondern ich sage einfach so, ja, okay, es ist nicht hundertprozentig wasserdicht. Man wird es hundertprozentig wasserdicht so nicht machen können, außer man testet vielleicht jeden Tag. Also, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und, ja, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal, versprochen. Tschüss.